Wir machen wieder manuell, weil es immer so gut klappt. Ach, die Tür geht ja gar nicht auf, ne? Okay, ich bleib einfach hier sitzen und will das nicht spinnen machen. Nochmal! So, warte, warte, warte. So. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Okay, diesmal müssen wir runter. Was war denn hier? Alles klar. Kommen wir hier rein? Da geht's gleich wieder raus. Ich mach hier trotzdem mal ganz kurz. Wenn's geht, wenn ich irgendwo meine Beine reinstecken kann, steck ich die da rein. Ist doch klar. Wozu hab ich sechs Beine? Shit. Das klappt nicht so gut, wie ich dachte. Okay, wir könnten theoretisch... Warte, warte. Warte. Na, 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 na. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin sehr hibbelig. Boah, sag mal, die stehen halt so, dass sie sich Deckung geben. Welcher Bösewicht macht denn sowas? Hm. So. So. So, 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 so. Lalalala. Dreh dich nicht um! Hä, das ging nicht! Jetzt geht's. Boah, ich hasse das. Manchmal... Manchmal trägert er nicht. Auch wenn man aufhört zu rennen. Schwierig. Oh nein. Wieder komm ich hierher. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. So, als letzter kommt Tony Stark. Hey Tony! Das schaffen wir nie! Doch, mit Kellogg's Frosties! So, war wohl der Wind. Geschwind wie der Wind. Okay, wir müssen nach unten. Wir haben alle ausgeschaltet. Wir könnten theoretisch auch selber hier rein. Ich liebe diese kleine Spinne übrigens. Ich finde die ein bisschen over, ehrlich gesagt. Heißt nicht, dass ich den nicht benutze. Hallo? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Na gut! Oh, entschuldigung, entschuldigung. So... Aber den hab ich doch! Guck mal! Ich wollte grad sagen, ich komm in dein Gesicht. Aber das versteht man heutzutage ja falsch. In diesem Internet. Ich meine das auf die nette Art und Weise, wenn man vorbeikommt. Ja? So mein ich das. Heutzutage wird das immer falsch verstanden. Da muss man aufpassen. Ich bin nur eine Spinne. Ich bin nur eine Spinne. Eine kleine, süße Spinne. Eben bin ich draußen. Und gleich bin ich drinnen. Gut gemacht! So. Hallo? Ja! Uh! Oh, Kollegen! Geh mal kurz hier rein. Lala? Oh! Äh, mh, ah, oh! Hier! Voll die Achterbahn! Hallo? Ho, 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 ho! Oh nein, nein, nein! Hab ich diesmal gesehen! Passiert mir nicht nochmal! Wird mir nochmal passieren. Sag mal. Bin ich hier? Das Gitter ist offen. War ich hier schon? Ich müsste auf dem richtigen Weg sein. Jetzt können wir Mary Kellys Operation stoppen. Jagen wir alles hoch! Ja, jetzt beruhig dich mal erstmal. Eskalier mal nicht so. Erstmal hier schön herunterladen. Schön key. Warum auch nicht? So. Ding, ding! Ja, hack ich mal nicht. Ist eh nix drauf. Die hässlichen Nacktbilder von seiner Frau. Die sind echt nicht schön. Die hat sich ganz furchtbar angestellt. Aber es liegt an ihm. Schlimm. Sie... Er hat sie nicht inspiriert. Das schafft nur ihre drei Liebhaber. Ganz, ganz furchtbare Geschichte. Also ganz verkorkste er auch. Schlimm. So, ich geh erstmal hier raus. So. Da 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 da. Es wird das leicht am Brennen wegen Ubisoft. Das ist ja mal was Neues. Das ist ja noch nie passiert. Was? So. Okay. Oh nein. Ich bin... Ich bin so doof. Ich dachte ich hab abgeschlossen. Ich guck gerade die ganze Zeit in den Chat. Bin so selbstsicher die ganze Zeit. Oh. Fuck. Okay. Ich bin so dämlich. Das war nur meine Dummheit. Ich kann doch nichts anderes schieben. Es war nur meine Dummheit. Aber zum Glück ist der Weg nicht allzu weit. Warte mal. Ah ja. Alles klar. Okay. Haben wir da drin wieder eine schöne Drohne? Kleines Drohnchen? Keine... Keine... Keine Drohne. Ähm. Okay. Das hier ist nicht der Weg wie wir da rüber kommen. So kamen wir hier in den Raum erst rein. Ich glaube wir kommen da... Kommen wir überhaupt? Wo geht's denn da rüber? Kommen wir überhaupt da rüber? Okay. Ich glaube so hoch kann ich auch nicht springen. Kann ich grad gar nicht springen. Ich glaube so hoch kann ich gar nicht springen. Ich sollte mal... Ich weiß nicht. Ich sollte mir mehr Mut zusprechen. Mehr Mut ist Wermut. Okay. Gut. Toll. Das hätten wir auch hier rüber machen können. Schön. Äh... Gucken wir mal ganz kurz. Erstmal hier rum. Dirum la rum. Entsperren. Warum nicht? Und fertig. Nein okay. Wäre schön. Aber wir müssen noch... Einmal da rum. Entsperren. T-Stück so rum drehen. Einmal da durchleiten. Was denn hier? Achso. Das ist das Ding. Kann ich vielleicht nochmal... Dann hack ich mich mal da rüber. Hack hack. Hacki hacki pateng. Ist da auch noch was? Ja natürlich ist doch noch was. T-Stück so rum. T-Stück so rum. Da drehe ich so rum. Das entsperren wir. Dann haben wir das. Dann geh ich da wieder rein. Ne 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 ne. Ähm... Man sieht von hier echt legendär Kacke. Ohne Drohnen ist echt schwieriger. So. Ja. Oh die Spannung steigt Leute. Die Spannung steigt... Die Mikrochips funktionieren nicht mehr. Kellys goldene Gans ist im Backofen. An deinem Humoralgorithmus sollte mal nachgebessert werden. Verlasse besser den Bereich bevor dir dasselbe passiert, okay? Oh nein, das ist wieder Wasser, ne? Das Schlimme ist, wir können beim Wasser... Zum Glück haben wir das Geschütz abgelenkt. Also die Drohne. Morgen Valhalla? Ne, wir haben schon zweimal Valhalla gemacht. Morgen ist erstmal... ...Mettwoch. Ja, geil! Wie du ins Wasser gesprungen bist. Cool. Was für eine spektakuläre Flucht durch das Laub, das vom Betonboden fällt, der die Decke ist. So, okay. Die schwebt noch überm Wasser, wenn die deaktiviert ist, alles klar. Okay. Also eigentlich... Ach, morgen ist Dienstag. Ne, morgen... Morgen ist Call-Tag. Entschuldigung. Am Mittwoch ist Mittwoch. Am Dienstag habe ich Call-Tag. Da machen wir alle Calls. Und abends nehme ich mit Tobi auf. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, fünf Streams die Woche reichen auch aktuell. Ich glaube, das ist schon okay. Heute ist nicht... Heute ist nicht... Enttäuschen Sie uns nicht, Caitlin. Wir sollten sie fassen, bevor sie die Zeugen zu Leichen macht. Das darf nicht passieren. Das macht Caitlin zwar einen Strich durch die Rechnung, aber wir müssen auch den letzten Leuten helfen, die von ihr bedroht werden. Die Festung der Kellys ist bei der Sandstone Residence. Ich habe es auf der Karte markiert. Okay, das würde ich gerne noch machen. So, es ist noch nicht... Es ist erst Dienstag, wenn man schlafen geht, Leute. Wenn ich morgen aufwache, ist es Dienstag. Ja, für mich ist jetzt noch Montag. Ja? Das können wir uns bitte merken. Das ist wichtig. So, warte. Jetzt, äh... Residenz Kelly. Da würde ich wahnsinnig... Konfrontiere Mary Kelly. Das müssen wir jetzt noch machen. Ach so. Ja, klar. Das müssen wir jetzt noch machen. Ich kann jetzt nicht einfach so aufhören. Ohne Mary Kelly konfrontiert zu haben. Los! Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Nein! Ist auf deiner Karte markiert. Halt die Schnauze weg! Ne! Oh, Entschuldigung. Mary Kelly ist schuld. Entschuldigung, Mary Kelly ist schuld. Mary Kelly ist schuld. So, wir sind gleich da. Mary Kelly... Mary Kelly... Mary Kelly ist schuld. Ich bin Motorradfahrer. Ich muss mich überall zwischendurch quetschen. Ah... Mary Kelly ist schuld. So... Ich halte hier mal ganz normal vor der Residenz. Wir probierens mal. Vielleicht... Vielleicht passt das ja. So, Kapern. Kapern. Generell nur mit Königsberger Klopfen. Mary wird vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste aufräumen. Und sie kontrolliert noch die Mikrochips in ihrer Nähe. Wir müssen sie im Sicherheitssystem deaktivieren, wenn nicht alle sterben sollen. Okay, verstanden. Oh nein, da kommen Leute raus. Oh nein, da kommen Leute raus. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir aufhabe, ehrlich gesagt. Ähm... Ich wusste nicht, dass auf einmal jemand rauskommt. Okay, gut. Äh... Das Sicherheitssystem sagt er, ja? Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite des Daches. Können wir vielleicht... Ich fahre immer so. Diskretion ist die oberste Devise. Bei DeadSec. Oh, ist das schön. Einfach mal durch den Park fahren. Mh... Wir können ja mal das Wetter genießen, Leute. Wir müssen nicht immer nur arbeiten. Na gut, ich glaube... Entschuldigen Sie. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? So. Oh. Keine Sorge, ist ein Fahrschulauto. Habe ich gerade einen Schlüssel ges... Achso. Warte. Lass mal navigieren. Wir kriegen das hin. In diesen SUVs hat man aber einen besseren Überblick. Ja, ist wirklich so, ne? So, ich hoffe, der Typ bleibt weg. Warte, warte. Warte, warte. Geh mal weg. Bitte aus dem Weg. Bitte aus dem Weg. Ich habe meinen Sitz höher gestellt, weil ich sehr klein bin. Da komme ich aber eh nicht ran, ne? Ähm. Das war der eleganteste Strung, den ich je gesehen habe. Wow war das elegant. Kann ich vielleicht eine Spinne da oben drauf werfen? Lass mal probieren. Komm, ist doch egal. Wir probieren es einfach mal. Schnappt euch die Pussy! Was? Schnappt euch die Pussy? Ich dachte, Trump wurde nicht wieder gewählt. Okay, warte kurz. Ähm. Sekunde. Die Suche macht keinen Sinn mehr. Hier ist niemand. So. Scheiß Fascho. Fascho. Er meint, äh, unseren Look. So, warte kurz. Ich würde das, ich würde es einfach nur mal gerne probieren. Das klappt nicht so, wie er hofft. Scheiße. Wird schon noch funktionieren, Leute. Es wird schon noch funktionieren. Bitte macht euch mal nicht lustig über die Spinne, ja? Sie ist sehr eingeschränkt. Guckt mal, wie das funktioniert. Ja, bin froh, dass wir das geschafft haben. Da drüben ist noch ein Balkon. Warte kurz. First Try. First Try. Ja, alles. Ich wollte nur an dieses Geld hier. Das wisst ihr, ne? Oh, ähm, sag mal. Mist, ich kann's leider nicht zerschießen. Aber hier geht's rein, ne? Da geht's rein, aber wahrscheinlich nicht für uns. Okay. Gibt's vielleicht noch andere Möglichkeiten, wenn's hier rein geht. ... 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 Signalverlust. Da sind wir schon. Let's go. Jetzt brauchen wir mal. So. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich finde das sehr unauffällig. So, kommen sie mal bitte ran. So. Erst die Drohne zurückholen, jetzt da rein. Nein. Was? Alter, sie ist halt auch die Athletin, ne? Sie ist einfach Athletin Number One. Das ist einfach... Wie ist denn hier zwischendurch gerutscht? Das war Luft. Das war versiegelt. Da war nix. Da war kein Abstand. Wie kann man denn da zwischendurch rutschen? Kein Wunder, dass Elvin nicht mehr wollte. Okay, warte ganz kurz. Können wir da rein? Ich würd's gerne mal gucken. So. Ist das hier ne Möglichkeit? Ich glaube nicht, ne? Irgendjemand hat grad ne Granate gewor... Geworfen. Okay. So. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Ich fliege hier sehr unauffällig. Gibt's ne Möglichkeit, irgendwo reinzukommen? Also außer durch die Tür. Durch die Haupttür. Ne, ich seh da nix. Ich seh einfach nix, wie man hier vielleicht reinkommt. Waren wir hier schon mal drin mit der Drohne? Ist das das Gebäude? Juhu. Das war das. Okay, hab ich gar nicht wiedergekannt. Cool. Wir waren hier schon mal drin. Aber die Sklave... äh, die, äh, äh, ähm. Die freiwilligen... semi-freiwilligen Hausarbeiter. Die sind aber alle weg. Die wurden alle verkauft. Läuft bei den Kelly's. Man muss ja auch mal gönnen können, ne? So. Ja, das hast du. Wir sind also wieder hier. Okay. Autsch. So, warte. Oh, was? Was war das? Kommt der auf einmal her? Was zur Hölle? Findet die Schlampe? Findet die Schlampe? Ah, Mary Kelly. Alles klar. Oh, schade Musik hat schon aufgehört. Oh, guck mal. Wir können auch Spider-Bots direkt hier drin rufen. Cool. Stimmt ja. Oh, ich hab ne Spille gerufen. Cool. Ah, da. Hm, 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 hm. Ja, Walze mit mir! Walze! Walze noch keine Schlampe. Ein Locken? Hat nicht funktioniert. Ah. Aber fall nicht da rein Da schießt ja jemand auf unsere kleine Spinnelein Oh, Fug Ja gut, dann Wir könnten auch selber rein Ich meine, wir könnten auch selber rein, oder Wir machen es wieder so Ah, okay Oh, die Musik und so, das ist auch schon alles sehr cool gemacht Das ist schon alles sehr cool gemacht Oh, da liegt der Schlüssel Außer Reichweite Wir müssen mit der Transportdrohne hier rein Okay, Spinnelein ist gleich wieder da Ich hau, Spinnelein Nummer 2 kommt rein Problem ist aber Okay, ich muss warten, dass die Spinne wieder da ist La, 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 la Der Schwachkopf will wohl verstecken spielen Der Schwachkopf will wohl, ja Das will der Schwachkopf Okay, was, was, ich nehme die Drohne Problem ist aber Das Problem ist aber, dass die jetzt diese fiesen Drohnen haben Da müssen wir ein bisschen aufpassen Wenn die auch, wenn die auch ihre kleinen Spinnen schicken Dann haben wir nicht mehr so viel zu lachen Ach ja, hier geht es immer runter Prima Ah, schön Oh nein Oh nein Niemand hat die Erde zerstört Oh, die Musik hier ist aber traumhaft Oh Schon sehr nice Okay, was auch folgendes Wir machen folgendes Wir kapern diesen Spinnen-Bot Können wir eigentlich auch tarnen mit dem hier Ne, ne Doch, das geht auch Okay, cool Wir nehmen den Dispenser-Bot Der kann eh nicht rennen Der kann, der hat keinen Double-Jump Und gehen jetzt zu dem hier Willst du meine Mami? Ich dachte, der sprengt sich selber in die Luft Okay, die haben also Laser Alles klar Da brauchen wir wo was anderes Sonst haben die sich selbst in die Luft gesprengt Diesmal wohl nicht mehr so Man kann nicht alles haben Obwohl, wenn ich mich hier umgucke Geht das wohl doch Oh, da kommt jemand Ich bin nicht da Bin nur eine Spinde Hab nur sieben Sinner Ich glaube, ich gewinne Sie sollten nachschauen Upsi Oh, die Musik, ne Warte kurz Die kriegen wir auch gleich Ein erhebendes Gefühl Keine Sorge Hier ist nichts Was du glaubst gesehen zu haben Ist nie passiert Ja, Sigi Hauptsache optimistisch bleiben, ne Mein Freund Cool Die Buttons funktionieren nicht, wenn er sitzt Cool Sehr nice Jetzt haut der auch ab Hä? Der hat uns irgendwie gesehen, aber nicht Was ist denn mit dem? Komische Kauze Okay Wir könnten den Schlüssel runterladen, wenn wir denn wollen So Das ist die Vordertür, ne? So Ah Gucke Es ist der Innenhof, den wir einst sahen Damals Vor so langer Zeit Okay, komm Wir gönnen uns den einfach mal, weil ich meine Wieso nicht So Ich hätte gerne Ich hätte gerne so ne Spinne in der Collectors Edition Ich finde ja wahnsinnig cool In Originalgrößen natürlich Osterhacken Oh Nimm ich gerne, danke Okay, lass uns mal aufs Ziel konzentrieren ein bisschen Ich düdel hier die ganze Zeit so rum Wir müssen einen nach oben, glaub ich Ich hoffe, der sieht uns nicht und wir müssen irgendwo in die Richtung hier Ich finde den geheimen Sicherheits- ach, der ist auch geheim, ist der auch noch, okay Ein geheimer Geheimraum Super Oh Wir waren hier schon mal Ist lange her Ähm Und wir sind dann hier hoch Deaktiviere den Mikro Ach, da Das ist erledigt Schau mal Ich sehe schon, ja Kommt doch, abschauen Dann komm mit Los, scheiß Trickstein Dann komm doch Fuck, komm Peter 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 Hilf mir Okay Ja Gib mir bitte ein Befehl Fuck Okay Na, wenigstens sind die Chips deaktiviert Mary hat sich in ihrem Büro unten eingeschlossen Aber der Hauptrechner kann den Aufzug wieder einschalten Oh Und es sind Wachen unterwegs Also Versuch nicht zu sterben Na toll Okay, wir hängen, glaube ich, draußen eh Safe Nicht unbedingt Aber ich hoffe So, Wachen sind unterwegs Aktivieren den Aufzug Ähm Wo mache ich das denn am besten Das mache ich am besten da hinten Gut Wir gucken mal La 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 So, oh Ah Welch ein Genuss La 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 Du musst lang genug beim Hauptrechner bleiben Damit ich den Aufzug zu Marys Büro wieder in Gang setzen kann Oh, nice Als Spinne Gute Idee Die blöden Chips sind kaputt Ich bin im Büro Rottet diese Schädlinge aus Oh, das wird lustig Schaffen wir nicht als Spinne, ne? Ich sehe noch niemanden auf der Map Peter ist tot Was? Schafft eure nutzlosen Ärsche her Und tötet diese Kakerlaken Ich hätte jetzt gern so Rumballern in Zeitlupe und Pirouetten und sowas So Das würde zur Musik super passen So, warte Die sind tot, Mann Was soll ich sagen? Aus irgendeinem Grund Die haben gekündigt Mangels Leben Boah, bei Kingsman in der Kirche Boah, die Szene, legendär Die Kirchenszene, alter Kneipe auch Aber die Kirche Mein lieber Freund Es war so gut So, ja gut Wir haben alle ausgeschaltet Vorher schon Okay Na gut 100 Pro Claim Zone Die Musik Weil die irgendwann mal Neuaufnahme davon gemacht haben Aber keine Rechte dran haben Erledigt Die Aufzüge laufen Und du kommst jetzt in Marys Büro Und Inspektor Lau meldet sich Sie ist nicht gerade glücklich Fürchte ich Was? Wieso? Was zum Teufel tut ihr da? Wir hatten eine Abmachung Wir machen's auf meine Art Darum haben wir doch die Beweise gesammelt Ich habe die nötigen Papiere Verhindern Ihre Papiere, dass sie ihre Sklaven umbringt? Die Frau ist irre, Lau Wir haben keine Zeit, das noch einmal zu diskutieren Geh rein und hindere sie daran, etwas Schreckliches zu tun Ich bin unterwegs Ich suche gerade noch Kopfhörer Hier liegen Kopfhörer Aber ich sehe ihn nicht Wahrscheinlich oben bei der Spinne, ne? Okay Wir müssen wieder nach oben Problem ist, ich glaube Als Spinne Werden wir nicht viel ausrichten können Wir könnten als Person da rein Aber vielleicht kommen dann doch die Wachen angetriggert Ja gut, wir gehen mal nach oben Huch Glitschidi Glitschi So, hier ist ihr Privatraum Die würde sich wundern Da kommt nur ne Kackspinne Die all ihre Leute ausgeschaltet hat Oh Okay, lass mich raten Nein, nee, was, was Ich dachte Wieso denn die Spinne kapern? Du sollst das Ding hier So, das müssen wir nochmal kapern Äh ShevanDragon Das Video ist bei mir auf dem YouTube-Channel Und es wurde auch überbeworben So Gut Oh, die Spiegelung, ne? Ich feiere das ein bisschen Ist nicht immer perfekt Aber ich feiere es trotzdem Hallo 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 Ich wollte mich vorstellen Ich bin die neue Reinmache-Frau Erstmal Geld klauen Vor Bewerbungsgespräch Hallo Ich, äh Wollte mich vorstellen Ich soll das aufräumen ein bisschen Aber ich sehe schon Hier hat jemand aufgeräumt So, warte ganz kurz Ist jemand zu Hause? Mary Kelly, gib uns ein Zeichen Okay Ich gehe mal direkt die Treppen hoch Wir schalten kurz die Spinne aus Nehmen den Kopfhörer eventuell Nehmen unsere Spinne mal mit Das können wir auch so machen Flupp, haben wir dabei So Oh nein, wie ärgerlich Da ist der Kopfhörer Sie sind sehr gehorsam, weißt du? Nicht so wie Menschen Menschen sind faul, oder nicht? Sie tun nicht, was man von ihnen verlangt Und wenn du ihnen den Rücken zudrehst Versuchen sie dich zu erdolchen Warum nur? Verdammte Egoisten Was anderes sind sie nicht Aber Hunde Hunde gehorchen einfach Sie haben keine Hintergedanken Und keine faulen Tricks im Sinn Sie leben einfach nur für dich Loyal bis zum Ende Einfacher geht's eigentlich nicht mehr Aber von Menschen einfach nicht zu verlangen Von diesem ganzen nutzlosen Haufen Genießen nur Hunde mein volles Vertrauen Und Mary, bist du eher ein Hund oder ein Mensch? Das ist die Frage, die man sich da mal stellen darf Was ist denn das? Der Tisch ist zusammengefallen Aber die Kiste schwebt noch oben drauf Ich, ich geh mal lieber So, let's go Aufzug benutzen Ich würde gerne zwischenspeichern, aber Jetzt bin ich gespalten Oh Ah, ich dachte jetzt kommt Sequenz Statt Sequenz kommt jetzt Konsequenz Okay, warte Moment Ich bin gleich wieder da Na los Ich brauche keine Mikrochips Um euch Arschlöchern Die Organe rauszureißen Oh 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 Zeck, nicht wahr? Na, euer Timing ist gut Die Polizei kommt, um dich zu verhaften Oh, das nehme ich an, Schätzchen Alle stehen bleiben Zurück von ihr Mary Kelly Sie sind verhaftet Bitte schön, Inspektor Ich vertraue auf die unendliche Gnade des Gerichts Aber rechnen Sie lieber nicht zu lange mit mir Ihr? Ich habe euch einen Sinn gegeben, als diese Stadt euch nicht mehr wollte Wir werden uns schon bald wiedersehen Stopp! Ihr glaubt doch nicht, dass ihr euch Abschaub ihren heiligen Gral überlässt Wen beschützt du? Das System oder die Leute? Versprich es Versprich uns, dass sie nicht davon kommt Alter Was für eine Puppe Ja, Mann Ja Genau so Los Ich kümmere mich darum Ich meine, ich bin gegen Gewalt Ja, wir kamen leider zu spät Das ist richtig Schade Tja, der Zeig Euer Wunsch hat sich erfüllt Mary kann jetzt nicht mehr fliehen Ich wollte das auf die korrekte Art machen Aber nach allem, was ich gesehen habe Konnte ich sie wohl nicht am Leben lassen Sie hat es verdient, Lau Und es ging nicht anders Wegen all der Leben, die sie zerstört hat Wegen Angel Es war richtig so Sie hat das bekommen, was sie verdient hat Ich bin nicht traurig darüber Mary Kellys Schreckensherrschaft ist vorbei Allein das zählt Ich weiß nicht Das war eine Form von Gerechtigkeit Aber nicht meine Zumindest habe ich das so gesehen Als wir angefangen haben Auch wenn die Königin tot ist Werden viele ihrer Clan Kelly untertanen Ihre Arbeit fortführen wollen Da hast du recht, Bagley Ich sperre die Ohren auf Und wenn ich von weiteren Clan Kelly Tricks höre Erfahrt ihr es als Erste Ihr seid gute Partner, DedSec Machen wir weiter so So, Maske, Garderobe Oh, nice Maske Die sieht ja geil aus Mission abgeschlossen Ungnade fallen Nice So, ich glaube Damit ist sie auch weg Bleibt einfach nur noch Zero Day Aber ich glaube Bevor wir Zero Day kriegen Müssen wir glaube ich unseren Freund Nigel Der wirklich auf mich sehr sympathisch wirkt Der hat mich einfach gehabt Einfach beim ersten Hallo Hat er mich schon gehabt Das war einfach Wow So ein Sympath Einfach nur Hm Na gut Das war Fräulein Kelly Was haben wir denn hier noch Neue Missionen Drohnexperte Ist das Ist das das hier? Drohnexperte Erfahrene Okay Hier sind noch neue Das sind Nebenmissionen Erfahrene Agent Da ist noch Tower Hamletz Erfahrene Agent Blalala So Zwei weg Zwei to go Scheint noch ein bisschen zu gehen Ja, aber ich glaube Wir sind Es ist nicht mehr Was? Ich finde es schade Dass das Spiel so grau ist Spiel wir dasselbe Spiel Ich glaube Du guckst noch nicht so lange zu Du hast noch nicht so viel davon gesehen Das Spiel ist super bunt teilweise Ich finde es Also man könnte sogar sagen Fast zu bunt Weil es sehr viel mit diesem Neon Pipapo Leuchten und so weiter Nur hier natürlich Hier ist natürlich Gut Wir sind gerade im Untergrund Da ist es ein bisschen grauer Und jetzt verschwinde ich hier Kommst du mit So Oh nein Ach was willst du denn jetzt wieder Hast du das von Camden gehört? Clan Kelly weitet ihre Operationen aus Verdammt Man sollte doch denken Der Tod von Mary Kelly Hätte sie wenigstens etwas gebremst Hab Geduld Ein kriminelles Imperium Verschwindet nicht über Nacht Ist doch immer das gleiche Ein Verbrecher wird erledigt Der nächste tritt auf den Plan Nichts ändert sich Dann geh nach Hause Wir haben etwas verändert Wir haben tausende Menschen Aus der Sklaverei befreit Das Böse wird nie aufhören Zu existieren Aber wir können die Leute beschützen Das ist unser Job Ja Da könntest du recht haben Aber ich stehe doch hier unten Mit meiner Harry Potter Brille Und bin den ganzen Tag Auf meinem Mobile Warum verschwindet das Böse Nicht von alleine? Hey ich bin's Und telefoniere die ganze Zeit nur Alter ich mag die nicht Ich mag die einfach nicht Ich glaube ich lass die irgendwann So Was ist los? Weltraumpräsident? Alles gut? Ähm Ja das war ein schönes Gespräch Das war echt ein schönes Gespräch Wow war das ein schönes Gespräch Sehr tiefgründig Okay Gut dann würde ich sagen Äh Würde ich sagen Wir spielen Das nächste Mal weiter Ich glaube fast Im nächsten Stream Werden wir es haben Ich glaube dann haben wir Ich glaube dann sind wir durch Glaube ich fast Aber wir haben auch ein bisschen Durchgezogen Ich finde einfach die Farben Knallen nicht so richtig Ja gut hier im Untergrund Knallen die auch nicht Aber oben Da sind schon Also ja Ist schon Manche Straßen sind sehr 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 bunt So Die Nebenmission Würde ich nächstes Mal auch machen Und die Hauptmission Ich glaube das reicht nur noch Für einen Stream Ich bin mir fast sicher Bin mir fast sicher Naja wir gucken mal So jetzt aber erstmal Auf YouTube Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Grüßen wir in ZukunftsGronk Tschau mit V Tschüss Tschau tschau Uuuuuhhhh Tschau 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 cheers geeいつ Gut Könnte ein passendes neues mitglied sein Bereit? Seiі إن lé maten Tsch levels Was macht denn der Joko hier- Ne Conference Was macht denn der frei hier Läuft der Klaas einfach durchs Bild Hallo Willkommen zurück auf YouTube Auch ne Und Straw Alles Hier alle Leute, hallo, guten Tag! Alle drei, die bei diesen langen Spielen noch zugucken. Ähm, ja, wo sind wir stehen geblieben? Was wollten wir machen? Es waren so viele Dinge, es sind, es gibt so viel zu tun. Die Bare Knuckle-Liga haben wir noch als Nebenmission. Ich frage mich, wie lange das wohl geht. Wir haben jetzt noch Hauptmission Whistleblowing, aber wir hatten auf der Map, hatten wir glaube ich auch noch so kleinere Missionen. Hier, dies, das. Und bei dem bin ich so ein bisschen unsicher. Ich guck mal kurz, wie viele Bare Knuckles gibt's denn. Eins, zwei, drei, vier, okay. Äh, bei dem bin ich so ein bisschen unsicher. Ich hab manchmal Angst, dass die Missionen eventuell so sind wie andere Missionen. Wir hatten das ja schon, dass manche Missionen doppelt sind. Ähm, was ich persönlich nicht so gerne mag, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, ich mach kurz schnell, reise hier zur Brixton Station. Und wenn die sich wiederholen würden, würde ich die Nebenmissionen vielleicht auslassen, eventuell. Wenn's eh die gleichen Aufgaben sind, die wir eh schon mal bei einer anderen Quest gemacht haben. Da müssen wir mal gucken. So, die Map ist aber nicht groß. Die Map ist schon groß. Die Map ist ja, äh... Die Map ist ja ganz London. Oh, oh, was ist denn hier los? Äh, die Map ist ja ganz London. Quasi eins zu eins nachgebaut. Wobei mir das teilweise echt so vorkommt wie eins zu eins. Okay, wir müssen da lang. Wir haben wieder ein paar Klamottenläden. Entschuldigung, ich guck mir grad Klamottenläden an. Lohnt sich das da? Dreckiger Bulle? Bin frisch geduscht, du Arsch. Treble. Es gibt... Es gibt halt echt sauviele verschiedene Klamottenläden, kann das sein? Ich dachte es gibt so vier, fünf verschiedene. Äh, Oberbekleidung. Ah, okay, hier gibt's die gleichen Klamotten wie es in so einem anderen Laden gab. Okay, 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 alles klar. Also es gibt verschiedene Läden. Aber manchmal haben die ähnliche Klamotten. Was denn? Hatai. Da will ich, da muss ich mal ganz kurz hin. Nur mal kurz gucken. So. Hey Kicker Bulle! Sag mal, hat die mich grade... Hat die mich grade geschubst? Hast du mich grade geschubst? Die Werbung war auch scheiße. Oh. Hier war nichts. Sag mal. Sag mal, ich bin... Ich will shoppen! Lasst mich in Ruhe! So. Ich wollte nur shoppen. Ich wollte nur shoppen. Ihr habt's gesehen und auf einmal greifen mich diese... Diese Bürger an. Ich lass den im Bild. Die haben mich einfach angegriffen! So, okay. Den shop haben wir auch schon gesehen. Klamotten... Ja, Klamotten sind okay. Was gab's hier noch? Die Hüte? Äh... Sieht eigentlich auch cool aus. Ich geb ihr mal die Mütze, ja? Ich geb ihr mal die Mütze. Da sind die Haare auch ein bisschen unter Kontrolle. Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Schuhe? Ja gut, die lassen wir mal so. So. Okay, keine Sorge. Hab mich gekümmert. Soll da keiner sagen, wir werden kaltherzig. Oh, da kommt, äh... Ambulanz. Fährt aber vorbei. Alles klar. Man muss ja hier auch ein bisschen, ne? Also geht ja nicht so, dass die einfach Leute angreifen hier. Da muss man mal zurückgreifen. Sagen wir mal, stellt der sich in mein Bild? Der stellt sich einfach in mein Bild. Nein, Entschuldigung. Ich wollte ihn verhaften. Der hat sich einfach... Da war alles frei. Und der stellt sich zwischen mich und die Dame. Ich wollte die Dame noch performen hören. Gut, der ist weg. Ich wollte ihn eigentlich verhaften. Ging wohl nicht. So. Entschuldigen Sie bitte. Ich lauf hier auf der Straße, weil ich High Heels anhabe, ja? Da kann man noch mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Da ist mir einer gerade weggeknickt und ich bin auf der Straße gelandet. Das passiert nun mal so. So, hier lauter Hintergästchen. Ich muss mal kurz gucken. 54 Meter ist das wieder... Nee, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. So. Oh nice. Interessant. Jetzt schnall ich nichts mehr. Uuuuuh. Wie geht's denn so? Das trifft genau meinen Geschmack. Wenn die mal... Wenn die Leute mal die Fresse halten würden. Wenn die mal... Ja. Das ist echt was Besonderes. Straßenmusiker performt. Alle stehen daneben. Ja. Das ist echt gut. Wow. Das ist echt was Besonderes. Nice. Mag ich gern. Oh, wo sind wir denn? Hier. Alles klar. 420 Street. Mhm, mhm, mhm. Hier geht's sogar rein. Ah, okay. Oh. Claim, 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 claim. Rekrutierung starten. Okay. Brote gibt's hier auch. Toll. Und er steht da, weißt du? Er steht da in seinem feinen Snobby-Snobmann-Anzug. So. Okay, nice Mucke. Aber wir müssen irgendwie da oben drauf. Da oben geht's los. Und wie kommt man denn da oben drauf? So. Saxophon ist ein Emote. Weder Deckung noch Sprint. Beschränkt mobil. Saxophon ist ein Emote. So, okay. Meine Frage ist, wie kommen wir da oben drauf? Ich hab grad keine Transport-Drohne dabei. Trudat. So, da oben, ne? Wir können hier, können wir auch bestimmt, Brixton Arcade. komm ich renme hier hinten hoch. Das wird schon... Das wird schon irgendwie, wir kommen da jetzt irgendwie rüber und dann sorgen wir für Recht und Ordnung. Moin, Leute! Ist hier irgendwo der Auftrag? Ich laufe hier mal mit Stöckelschuhen übers Glas, ne? Ist kein Problem. Ding, 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 ding. Wenn das funktioniert, wird das fantastisch. Super. Okay. Was haben wir denn hier? Sooner than you think. Okay. Ach, das ist die Mission von der komischen wieder, ne? Von der 404. Ja, 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 genau. Vertrag. 404, Vertrag. Superscripti, super. Kommt man nicht drauf, was das heißen könnte. Auftrag. Es heißt Auftrag. Na gut. Sollte vielleicht genauer lesen. Ich schäme mich aber nur ein bisschen. Ich habe inzwischen eine Schamhornhaut. Warte, das hört sich auch wieder falsch an. Also die ist nicht im Schambereich, sondern es geht um... Ist auch egal. Komm, wir lassen das Thema einfach. Ich hecke das jetzt hier und dann gehen wir mal woanders hin, wo wir das Thema mal ganz schnell wieder vergessen. Wo ist denn hier? Verschaff dir Zugang zu den sicheren Daten bei E-Strom. Wir gehen mal, wir gehen mal zu E-Strom. So. Und dann, äh, hast du diese Haut von Tobi. So. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Hier ist auch wieder Klamottenladen, ein Träumchen. So, Leute. Guck mal, keiner sagt mehr scheiß Bulle. Weil wir gerade... Weil wir gerade ganz kurz... Was du suchst, ist in der Nähe. Ja. Uniformierten Zugang. Ach so! Können wir ja wieder. So, warte kurz. Machen wir mal schnell. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Okay, wir können nur auf geschlossene Mülleimer. Schicke Knarre, mein Freund. Gut, ich dachte... Eigentlich dachte ich, dass wir den verhaften wieder. Also, Kelly-Leute werden verhaftet, aber eigene Leute werden ausgeschaltet. Okay, gut. Ist mal gut. Warum nicht gewalttätig? Schnell. So, hier ist nichts passiert. So. E-Strom. Ist das Strom aus Elektrizität oder was? Man weiß es nicht genau. Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Aber stimmt schon. So. Das ist Strom, der nicht aus Öl erzeugt wird, sondern aus Strom. Da muss man mal drüber nachdenken. Das ist, äh... Ja, ich hätte die Handschellen vielleicht ausrüsten sollen. Aber ganz ehrlich, das mit dem Verhaften... ...wird überbewertet. So, dann müssen wir da rein. Spinni... Achso, wir müssen gar nicht rein. Wir können einfach aufmachen. So. Sie sind verhaftet. Das Ziel sollte zu Hecken sein. Ja, ja, ja. Moment, Moment. Wir gucken ja gleich mal. Schön hier auf jeden Fall. Sehr, sehr greenig. Wir müssen da rein. Und da sind auch irgendwo Technikpunkte. Die würde ich mir auch mal gerne gönnen. Oh, schöne Busse. Bitte nicht fallen lassen. Technikpunkte. Die sind bestimmt wieder... Ja, natürlich sind die wieder hier platziert, wo man die sieht, aber... ...nicht rankommt. Es ist immer dasselbe. Okay. So, let's go, let's flow. Da steht niemand, das ist gut. Morgen Sonnenschein. Das Übliche, das Übliche. So. Und ansonsten, da müssen wir ran. Wir können aber hoffentlich noch hier bleiben. Ich hecke mich mal ein bisschen rein. So. Du wirst entdeckt. Gut. Transfer abgeschlossen. Okay, warte. Sekunde. Okay. Das haben wir. Ich geh nochmal kurz rein. Rinnende kapern. Und hier hinten... Ist hier denn kein Safe? Da muss doch irgendwo noch ein Safe sein, oder? Entkommen aus dem Gebiet. Machen wir gleich. Aber ich will die Technikpunkte noch haben. Wie kommen wir an die Technikpunkte? Wenn ihr irgendwo einen Eingang seht, sagt Bescheid. Der wird doch bestimmt irgendwo unten sein, ne? Der Eingang. Da ist der Eingang. Alles klar. Haben wir. Prima. Prima. So. Alles klar. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ich schau nur mal. Äh, 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 äh. So. Okay. Hallo? Wo ist das denn? Achso. Ja, nice. Alles klar. Cool. Oder ist das nochmal weiter hinter? Ne, ne? Das ist einfach nur... Alles klar. Okay. Ansonsten haben wir da oben, glaube ich, noch ein bisschen Kohle. Die können wir noch mitnehmen, wenn wir fröhlich sind. Oh. Mein Herr, ich bitte. Schauen Sie mal ganz kurz weg. Ganz kurz. Nur ganz kurz weggucken. Warte kurz. So. Ich mein, wenn's schon mal da ist. So. Vielen Dank. Ja und das wars. E-Strom ist gekapert. Entkommen aus dem Gebiet. Haben wir alles. Geld mitgenommen. Alles mitgenommen. Nichts gelassen. Nja. So. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüßenn. Ah, okay. Huch! Da liegt aber ne Knarre rum. Also sowas. So, ja, Taxi, Entschuldigung. Was denn? Comedian? Hab ich mal gespeichert, bis später. Jack, Liar, oder? Yeah, Jack, yeah. Ok, sprich mit Jack. Achso, das ist die Rekrutierungsmission, das will ich ja gar nicht. Ok, das haben wir gemacht, dann machen wir da nochmal schnell. Kann ich da mal, da kann ich ganz kurz da hinfahren, so. Das Schöne ist, ich hab vergessen, weil ich vor dem Stream ja noch Pakete ausgepackt hab, hab ich vergessen pinkeln zu gehen. Ja, und jetzt merke ich, achso, das ist richtig, ja, ich sollte doch langsam kurz mal zwischendurch. Ich fand das Spiel mit jeder Stunde besser. Also, ich hab, ich hab auch Kritikpunkte an Legion, ne, so ist es nicht, aber es macht mir halt auch wahnsinnig Spaß. Es macht mir echt Spaß. Es gibt Sachen, die machen weniger Spaß und ich mag's, wie gesagt, ich mag's generell nicht. Halal, Miek. Äh, ich mag's generell nicht. Was? Ich hab keine Zeit für sowas. Wow. Wird zum Opfer auf der Flucht, schnelle Downloads, schnell K.O. Schnelle K.O.s. Gut für die Bärnacke-Runde, ne? So. Okay. Ich lauf mal hier durch, was soll schon passieren, ne? 40 Meter. Da müssen wir auch wieder hoch. Ah, wir kriegen das schon hin. So, mal. Da. Ist das... Da waren wir doch. Ist das nicht. Da ist doch... Ich mein, wir waren da. Haben wir nicht grade? Okay. Wir gucken mal, was passiert. Das wird aber nicht wieder der Vertrag sein, ne? Der Leadspeak-Vertrag. Hey, Jungs. Stöckelschuhe, Glas. Alles klar. Plink, 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 plink. Einmal abrollen. Ja, super. Das kommt mir alles verdächtig bekannt vor. Ich weiß nicht genau. Achso, der Satz, ich mag generell nicht, könnte noch zu Ende gesprochen werden. Ich mag generell nicht, ähm, sich wiederholende Quests, wenn mehrere Quests oder mehrere Aufgaben, wenn du bei mehreren Aufgaben am gleichen Ort oder am selben Ort dasselbe machen musst. Für verschiedene Aufgaben. Das mag ich dann nicht. So, warte. Mal gucken. Ist das ein anderer Auftrag? Aber hier steht auch Vertrag. Da steht Vertrag. Leute, ich hatte Recht. Ich hatte Recht. Okay, warte.